Und hiermit heiße ich euch herzlich willkommen bei Doom Jetzt hier unten mal meine ID ein Wenn ihr Nintendo Switch habt Wenn ihr Doom habt Dann würde ich gerne mit euch Ab und zu mal ein paar Multiplayer Partien machen Ich gehe mal drauf Und ich habe es bis jetzt noch nicht wirklich gespielt Also Trainingsmodus Den lasse ich mal außen vor Wir gehen gleich mal in die Partie Mal schauen ob jemand online ist Wir machen stinknormales Deathmatch erstmal Ich kann euch versprechen Ich werde total verkacken Und jetzt nicht gleich meckern über die Grafik Die Grafik Es ist eine Nintendo Switch Es ist eine mobile Konsole Das heißt man kann unterwegs ein paar geile Partien machen Und finde ich eigentlich ziemlich interessant Da es für diesen mobilen Markt Solche schnellen Shooter Eigentlich noch gar nicht gibt Und Ich bin jetzt eigentlich recht interessiert Wir gucken mal nach meiner Waffen Set Ausrüstung Und Ja viel können wir ja noch nicht machen Wir haben ja noch nichts freigestaltet Wir haben ja noch nichts gemacht Ihr seht ja unten Ich habe null Erfahrungspunkte Wir warten mal Dass ein paar Spieler dazukommen Und dann gucken wir mal Was ich denn so Anrichten kann Obwohl ich glaube Ich werde hier total verkacken Komm wir brauchen noch einen weiteren Spieler Wir brauchen noch zwei weitere Spieler So jetzt bin ich natürlich Allein in der Party Mann kommt Ich will doch nur ein bisschen Action Okay Anscheinend findet sich beim Deathmatch heute keiner Ich meine das Spiel ist ja auch Gerade erst rausgekommen Ähm Ich guck mal Wir gucken mal beim Lobob Wir gucken mal Team Deathmatch Da sind glaube ich immer welche drin Ah Da siehst du Team Deathmatch funktioniert Obwohl Na ja Deathmatch wäre eigentlich ein bisschen interessanter gewesen Schauen wir mal rein Ich glaube Wir können jetzt heute nichts reißen Also so gut bin ich echt nicht Aber ich wollte es zumindest mal mit euch anspielen Und Auch dann später mit euch ein paar geile Runden zocken So Wir wählen erst mal Sturm Weil ich momentan nichts anderes Großteils habe Und wir sind Team Blau und müssen die Roten killen Da ist schon mal einer Jetzt komm doch Stirb doch weg Das war mein Kumpel Okay Ich hab jetzt kaum noch Munition Da vorne haben wir einmal Pickup Wie komm ich da rein Ähm Okay das weiß er anscheinend auch nicht Da hätten wir noch ein roter gewesen Wo seid ihr alle? Wie gesagt ähm Grafik für Nintendo Switch geht eigentlich Alter Das Ding macht Fun Das Ding macht richtig Fun Nervous seid ihr alle? Dämonienruhne Ich geh mal da hin Ich hab keine Ahnung was das ist Oh Gott Dadadadadadadadadadadadadadada Nice Okay Okay. Der ist schon mal weg. Ich bin gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Aua. Wer schießt denn hier auf mich? Hallo. Der ist weg. Da ist der nächste Kumpel. So, der ist auch weg. Ich bin gar nicht so schlecht. Ich hätte das echt schlimmer vorgestellt. So, Lebenspunkte kann ich entscheidend nicht einsammeln. Wir haben noch 31 Sekunden. Da ist noch einer. Jawohl. Nächster, bitte. Komm her. Hier wird dich weggerannt. Hey, du. Oh, jetzt bin ich fast runtergeflogen hier. Nächster weg. Ey, du hast Bock, Freunde. Mann. Okay, so gut hätte ich es mir eigentlich nicht vorgestellt. Wo haben wir denn hier noch ein paar Leute? Wie gesagt, ich würde es echt gerne mal mit euch zocken. Jetzt haben wir ja so eine kleine Random-Gruppe hier. So, komm mal. Kommt her. Da hinten ist Bewegung. Ich bin runtergefallen. Kann man natürlich auch mal machen. Ich bin einfach vorbeigesprungen. Okay, Selbstmord bringt mir hier keine Punkte. Wo seid ihr denn alle? So, mit dem Doublesprung. Das ist noch nicht so einfach für mich. Mir geht ein bisschen die Pumpe. Auf was schießt du denn? Ach, da hinten. Du bist weg. Granate unten hat die gesessen. Hey, wo ist du? Hä? Mal sehen. Alter. Okay, ich habe auf Waffenwechsel gedrückt. Sollte man vielleicht nicht tun. Waffe wechseln eher eins. Oder zumindest gar die obere Schultertaste. Jetzt geht nochmal weg. Da ist noch einer. Hallo, Freitieren. Ich glaube, mir ist runtergefallen, oder? Oh, nee. So. Der Nächste bitte. Ich dachte, meine Munition ist alle. Huch. Hallo. Ich war schneller, mein Freund. So. Wo haben wir denn hier noch was? Boah. Also geht schon ein bisschen Adrenalinpumpe. Das Spiel ist richtig schnell, Freunde. Boah, wo schieße ich denn hin? Hab ich Munition wieder in dem Ding? Ja, 75 Schuss. Ich denke, man dürfte für den Anfang reichen. Geh noch mal ein paar Lebenspunkte vorne mit. Ist da oben und ist das Munition? Scheint so wahr. Die Runen ist hinten da. Ha, ich bin wieder runtergefallen. Okay, ne? Ähm. Wenn ich hier jedes Mal runterspringe, die decken auf. Was ist denn das für ein Vollhorst, ey? Boah, der ist weg. Oh, mein, 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 mein. Auf halber Weg zum Sieg. Wenig Gesundheit. Warum? Was hab ich getan? Vielleicht ist das noch eine schöne Waffe, die wir eigentlich haben können. Jetzt kommen ein paar kleine Ruckler, aber ich denke mal, die können mit ein paar Updates gut behoben werden. So, ich will das Ding da... Boah. Kamerja. Hä, ist er tot? Oder ist er einfach nur weg? Komm. Nein, 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 nein. Der bekommt die gute Waffe da oben. Die wollte ich eigentlich haben. Nein, Mist. Ah, kacke. Den hätte ich zu gern gehabt, den Kumpel. Da hätten sie noch ein paar. Oh. Aber es macht, es macht richtig Bock. Also, ich kann mir vorstellen, dass ich das hier öfter bringen werde. Ähm. Müssen wir erstmal... Wer? Wer? Hä? Ach da! Hä? Wo ist er denn? Er ist weg? Er ist einfach nur weg. Okay. Oder... Ne, war er das? Keine Ahnung, sah so aus. Hehe. Mann. Kannst du den Schala parken, mein Freundchen. Wo ist er denn? Ach so, ich hab ihn getötet. Das ist immer ein bisschen komisch, weil das Gameplay... Ich bin das nicht gewohnt, dass hier was so schnell ist. Ja, der ist auch weg. Ich brauche Munitionen, Freunde. Keine Munitionen mehr. Ich habe jetzt nur noch den Raketenwerfer. Ich teste das Ding hier mal. Oh Gott. Hehe. Wuh. Double Kill. Ey. Ich bin noch ein bisschen überfordert mit der ganzen Überflutung von irgendwelchen Punkten, die hier auftauchen. Aber... Ne, seht's mir bitte nach. Seht's mir bitte nach. Ja. Was sind die alle da hinten? Was? Okay. Rüber da. Raus. Und... Weg mit dir. Hey. Ey, was ist denn mit dir? Oh, Alter. Was hat denn der ausgehalten jetzt? Ja, ich will das Ding haben, Freunde. So. Rüber. Runter. Rauf. Okay. Wo haben wir sie denn? Ich weiß, keine Ahnung, wo die alle rumhängen. Gehen einfach mal hier durch. Ich glaube, die werden sowieso jetzt alle bei der hinteren Waffe rumhängen. Komm schon. Oh. Ey. Wo ist er hin? Er ist wieder so einfach nur zerplatzt in der Luft. So. Oder... Komm ich da runter? Lebend. Zack. Hoch. Und... Ja, wir haben die gute Waffe jetzt wieder. Das muss man gucken. Der ist weg. 150 Punkte. Der nächste bitte. Ey. Das ist unfair. Er schleicht sich einfach von hinten ran. Mist. Ich hab nur die Granate geschmissen. Aber die ist nicht rausgekommen. Puh. Ich glaube, sowas könnte man auch im Livestream machen. Wenn ich irgendwie mir die Zeit dazu hätte. So. Da hinten war ich gestorben. Gehen wir auch gleich mal zurück. Wenn die Waffen-Sets, dann muss man mal gucken, wenn ich das noch ein kleines bisschen hier spiele, dass wir uns eigene Waffen-Sets zusammenstellen können. Denn der Raketenwerfer, der geht mir so ein bisschen, wie soll man das sagen, auf den Senkel. Den brauch ich nicht. Mir wäre es lieber, wenn ich so Einzelfeuer-Waffen hätte. So eine Art Pistole oder sowas. So. Granate. Bitteschön. Muss ich jetzt sehen. Aber ich hab stark angefangen und extrem nachgelassen, oder? Hey. So. Auch weg. Steht 54 zu 29. Und ich hab noch einen Schuss. Ob es ja auch sowas wie Minen gibt oder so. Wo sind sie denn? Hallo? Wer hinten kommt? Ich seh hier nur blau. Wer ist geplatzt? Wer hat die Schnauze voll gehabt? Ach, das ist Lebensenergie. Gut. Haben wir das auch schon mal geklärt. Nehmen wir mal einfach mit. Drei. Zwo. Eins. Wir haben gewonnen. Clara Sieg. Kenn ich zwar nicht, aber... Ja, ich weiß. So. Wir haben gewonnen. Ähm. Es hat richtig Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, könnte man einen Daumen hoch lassen. Er tanzt hätten. Wie tanzt man? Gut. Wenn ihr Bock habt, müsst ihr zocken. Lasst es mich wissen. Und... Ja. Macht's gut. Hau da rein. Tschaui. 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 heavensporen,